Wo ist denn das kleine Schweinchen? Wo ist das kleine Schweinchen? Was haben Sie gesagt? Was habe ich gehört da? Lauf um dein Leben, du kleines Schweinchen. Na los, lauf. Ich habe einen Auftrag zu erledigen, hier hinter der Front. Sondereinsatz. Vollmacht vom Führer selbst. Barm runter. Auf, 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 auf! Wie war gleich der Name? Herold. Hauptmann Willi Herold. Bleibt gerade Herold antreten. Was ist eigentlich der Auftrag? Mit Klarheit verschaffen von der Lage hinter der Front. Die Lage ist nur das, was man draus macht. Nicht wahr, Herr Hauptmann? Bei Plündern. Heißt auch noch mal. Können die Gefangenen ja schon mal verhören. Hast du gestohlen? Geplündert? Hast du nicht gehört, was der Hauptmann dich gefragt hat? Weil ich weiß es nicht, was ich tue. Vielleicht nur treu. Auf die Leibgarde Herold. Auf die Leibgarde Herold. Gemeinsam ist man stark.